Square Enix verkauft Tomb Raider, Deus Ex und die dazugehörigen Entwicklerstudios, ein Skull & Bones Leak bezeichnet den aktuellen Zustand des Spiels als Desaster und Battlefield 2042 könnte bald im Game Pass landen. Heute ist der 2.5.2022, niemand versteht, warum es Auberginen gibt und hier kommen die News mit Jules. Square Enix verkauft einen großen Teil seiner westlichen Entwicklerstudios an die Embracer Group. Der 300 Millionen Dollar schwere Deal umfasst die Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal und eine ganze Reihe großer Marken, unter anderem Tomb Raider, Deus Ex, Thief und Legacy of Kain. Außerdem sollen auch über 50 bereits erschienene Spiele an die Embracer Group übergehen. Dies könnte auch die Marvel-Spiele von Square Enix, Avengers und Guardians of the Galaxy betreffen, letztendlich hängt das aber von den individuellen Lizenzbestimmungen der einzelnen Titel ab. Die Akquisition umfasst insgesamt 1100 Mitarbeiter aus drei Studios an acht verschiedenen Standorten und soll laut der Embracer Group wohl im zweiten Quartal des Fiskaljahres abgeschlossen werden, also zwischen Juli und September 2022. In einer Pressemitteilung schrieb Square Enix, der Verkauf ermögliche neue Unternehmungen durch Investments im Bereich Blockchain, KI und der Cloud. Die Embracer Group gehört zu den größten Videospiel-Mutterfirmen der Welt. Dazu gehören bereits Firmen wie THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver, Saber Interactive und seit letztem Jahr die Borderlands-Macher Gearbox Software, die man für 1,4 Milliarden gekauft hatte. Mit der neuesten Akquisition wird man dann auf 124 interne Entwicklerstudios kommen. Ein neues Spiel der Tomb Raider-Marke in Unreal Engine 5 befindet sich bereits bei Crystal Dynamics in der Mache, wie wir seit letztem Monat bereits wissen. Der neue Titel soll die Zeitlinien der alten und neuen Spiele vereinen, aber mehr wissen wir noch nicht. Es ist lange her, seit es mal handfeste offizielle Infos zu Ubisofts Piratenspiel Gun & Bones gegeben hat. Im September 2021 hatte der bekannte Insider Tom Henderson einige kontroverse Details geleakt, unter anderem die Tatsache, dass es im Spiel keine PvP-Kämpfe an Land, sondern lediglich Schiffskämpfe geben würde. Zu der Zeit dachte man, das lege einfach nur daran, dass sich das Spiel noch in einer früheren und nicht ganz problemfreien Entwicklungsphase befände. Ein aktueller Alpha-Test zeigt jedoch, dass dies immer noch nicht der Fall ist. Laut Henderson sollen PvP-Landkämpfe mittlerweile nicht mehr zum Plan für Skull & Bones gehören. Unser Schiff verlassen können wir nur in ganz bestimmten Situationen. Wir können z.B. Materialien sammeln, doch das tun wir, indem wir sie von unserem Schiff aus angucken und einen Knopf drücken. Wenn wir Landfestungen einnehmen, müssen wir erst vom Schiff aus die Verteidigung schwächen und lassen dann unsere Crew das Vorraiden, während wir an Bord zurückbleiben. Unser Schiff verlassen können wir nur, um mit NPCs zu sprechen, unsere Beute zu verkaufen und das Schiff abzugraden. Die Grundidee des Spiels sei es, nach wie vor mit einem kleinen Schiff zu starten, Ressourcen und Beute zu sammeln, sich zu vergrößern und in von Assassin's Creed Black Flag inspirierten Seegefechten gegen andere Schiffe zu kämpfen. Es gibt verschiedene Schiffstypen mit verschiedenen Boni, nämlich Kampf, Fracht und Erkundung. Die Moral unserer Crew soll eins der wichtigsten Attribute sein, die wir unter anderem mit Trank und Speis oben halten. Sinkt sie zu tief, kann die Crew meutern und unser Schiff zerstören. Neben anderen Schiffen sollen wir später in Weltevents auch gegen mystische Kreaturen kämpfen können. Henderson kritisiert das sehr eindimensionale Gameplay und die fehlenden Landkämpfe und Landerkundung. Konkurrenten wie Sea of Thieves würden diese Aspekte bieten, er fragt sich also an wen genau sich Skull & Bones richten soll. Im Januar 2022 gab es außerdem die Meldung, dass der Lead-Game-Designer Antoine Henri Ubisoft verlassen habe, nachdem er seit 2014 an Skull & Bones gearbeitet habe. Das könnte ebenfalls auf eine sehr holprige Entwicklung hindeuten. Der Release ist offiziell nach wie vor in diesem Fiskaljahr, also bis April 2023 geplant. Battlefield 2042 könnte bald über den Xbox Game Pass spielbar sein, das will die Seite XGP an der Xbox-Store-Seite des Titels erkannt haben. Eine ähnliche Meldung gab es bereits letzte Woche mit FIFA 22. Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich weder FIFA noch Battlefield über den Game Pass herunterladen, doch auf dem Screenshot der Seite lässt sich wie bei FIFA nun auch bei Battlefield ein kleines Game Pass-Symbol erkennen. EAs hauseigener Abo-Service EA Play ermöglicht es ja EA-Spiele vor dem Kauf für begrenzte Zeit auszuprobieren und der Service ist inzwischen auch im Xbox Game Pass enthalten. Doch eigentlich sieht die Kennzeichnung davon im Store anders aus. Außerdem wäre es ja auch nicht das erste Mal, dass eine Store-Seite vermeintlich verfrüht einen bestimmten Release an die Öffentlichkeit bringt. FIFA wurde außerdem letzte Woche als künftiger Playstation-Plus-Titel angekündigt, was darauf hindeutet, dass EA grundsätzlich bereit dazu ist, sechs Monate alte Spiele über die First-Party-Abos verfügbar zu machen. Battlefield 2042 hat vor kurzem seinen 4.0-Update mit hunderten Bugfixes bekommen und erfreut sich nach einem katastrophalen Launch nun wieder über leicht steigende Spielerzahlen. Microsoft hatte kürzlich eine kostenlose dreimonatige PC Game Pass Mitgliedschaft für alle angekündigt, die noch nie Mitglied waren und bis zum 28. Februar 2022 entweder Halo Infinite, Forza Horizon 5 oder Age of Empires 4 gespielt haben. Gelegte Screenshots aus Forza Motorsport 8 sorgen für Verwirrung. Die auf Reddit geposteten Bilder zeigen den Titel, wie er auf einer Xbox One-Konsole läuft. Im Gegensatz zu den meisten aktuellen Xbox-Titeln, die Cross-Generation-Support bieten, ist Forza Motorsport 8 allerdings nur für Xbox Series S und X angekündigt. Sollte es nun wieder erwarten, doch eine Xbox One-Version geben, wäre das eine ziemliche Überraschung, denn Entwickler Turn 10 hatte zuvor einen riesigen Generationssprung für die Reihe angekündigt. Creative Director Chris Isaki hatte letzten Sommer gesagt, der Sprung von Forza Motorsport 7 auf 8 sei größer als alle Veränderungen von Motorsport 4 auf 7 zusammengerechnet. Vor allem Physik und Kollisionsabfrage sollen sich auf einem komplett neuen Level befinden. Einen derartigen Sprung zu machen und dennoch mit der alten Konsolengeneration kompatibel zu bleiben, könnte schwierig sein, weswegen viele Forza Motorsport 8 als einen der ersten Next-Gen-Only-Titel von Microsoft gehandelt hatten. Möglich wäre natürlich, dass es sich bei den geleakten Screenshots nur um Ausschnitte des Spiels handelt, die man für eine Art Benchmark nur testweise auf den alten Konsolen laufen ließ. Forza Motorsport 8 wurde im Sommer 2020 für Xbox Series angekündigt und wurde als Neuerfindung der Reihe bezeichnet. Zum Schluss noch eine kurze Meldung in eigener Sache. Auf unserem Twitch-Kanal Monsters & Explosions findet diese Woche unser erstes Podcast-Festival statt. Da haben Michael Graf und Geraldine Hohmann jeden Tag von 20 bis 22 Uhr fantastische Gäste, mit denen sie über allerlei Gaming-Themen sprechen, wie ihr das aus unserem GameStar-Podcast kennt. Nur, dass ihr diesmal live zuschauen und mitdiskutieren könnt. Heute Abend geht's um Diablo 4, Lost Ark und die Zukunft des Hack'n'Slay und es sind neben dem einzigartigen Maurice Weber auch Jesse Rocks zu Gast. Schaltet unbedingt ein, Link zu unserem Twitch-Kanal und zum Stream-Programm in der Videobeschreibung. Das waren die heutigen News, danke fürs Zuschauen, liked das Video, klickt den Abo-Button und opfert uns zu Ehren eine Aubergine, denn was zum F**k soll man bitte sonst mit ner Aubergine machen? Achso, und klickt hierfür ein Video über verschollene Spiele, die ihr jetzt wieder kaufen könnt. Bis morgen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön, lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen, euer Jules. Bis zum nächsten Mal.